damit servus und herzlich willkommen zurück zu tom clancy's division zur polizeiakademie im einsatz für den tech flügel mit dabei in der polizeiakademie sind leutnant reiser sergeant wazzi und der imperator luxor so wir verstehen jetzt erstmal den schwierigkeitsgrad so die dünne 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 hallo ja 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 ne moment nach wir haben so irgendwas ach so steht jetzt ist auch schwer jawohl ein ausrüstungsobjekt erste hilfewelle überwachungskameraaufnahmen 94.000 ep wie dem auch sei ich würde sagen auf geht zwar oder wenn man auch ein spieler durch den zufall suchen also nicht denn jetzt los war endlich der transponder sende noch wo ich sagen kann ist da das heißt hier ist nachher irgendwas eventuell mal gucken jetzt machen wir jetzt mal die ganzen punkte ablatschen wieder weiser du kennst du die mission wahrscheinlich schon so lange her wir haben ja schon eine weile nicht da hier untersuchen ich habe hier irgendwas gefunden eine trätmine oder sowas zielerfüllt den ursprung des notsignals oh ist das ein friendly nee naja wobei leila muss ja nicht gleich immer böswillig sein alter äh guck mal die schießen sich auch gegenseitig ach nee die schießen auf einem tower wollte gerade schon sagen jetzt mal die kann ist da anschließen ja warum so muss das herbei ziehen mal so ein heilungspaket mal hin hier für uns zack zack das kann nur eine falle sein meine herren dann bitter hatten wir die falle rein benutzen wir den aufzug oder auch eine tolle fahrstuhlmusik naja auf jeden ah und diese nicht von den ladebalken diese mit einem schwarzen bildschirm ersetzen auch sehr schön und da ist die tür auch schon offen meine herren oh hier sieht es aber gepflegt aus naja doch nicht ganz so oh da stehen welche oh da stehen welche oh Achtung äh ich komme um die ecke da waren noch welche mehr wazi wo bist du eigentlich hier hinter der ziege kannst du hier raser warte ich belebe dich raser warte warte lebst du wieder oh ich bin hier auch down scheiße das ist schlecht einer sollte die hier hinten kaputt machen ja wir sind jetzt hinter uns hier irgendwie ja also wir müssen es anders machen das war es denn wohl am besten nicht sofort preschen würde ich sagen ich war hinter euch also also bitte ich nicht und die ganz hinten hier geben rückendeckung habe ich ja versucht oh guck mal wir sind wieder hier gehen nochmal einen schritt zurück hier so von mir aus können wir denn so Moment mal ich versuche mal hier ja so von mir aus auch raser auch soweit dann geht's los oh hier kommen sie zauber läuft doch schon mal viel viel besser da kommt schon vor boah 1 ist weg Achtung raser hier kommen über deine Seite oh das ganze hause wackelt hier zack der down müssen jetzt alle gewesen sein ich glaube ja wir sind aber nicht ohne nee wir haben ja auch schwer oder schießt schon einer wieder von wo hier da hinten an der Ecke steht er ok weg ist er zack zack hallo gegen uns kein Kraut gewachsen hier hinten ist noch irgendwas das lilan ist was aufgeschlossen hier eine Kiste bam blaue Keramikhandschuh wie sie mich hier alle wegdrängeln so warte mal die werde ich dann gleich mal anlegen hier bei mir würde die Zähigkeit hochgehen aber ja um 3000 Zähigkeit dafür verliere ich fast 600 5,6 fast 700 Schaden mit der Handfeuerwaffe ich klicke die erstmal an ich nicht ich kann sie erstmal ich teste sie erstmal was ist hier schon wieder explodiert na ich hab doch ein Heilungspaket hingeschmissen vor der Weiser ok ok ja ja so was muss man ah Munition erstmal sammeln hier oh ich glaub da oben ist schon wieder irgendwas ja nicht du glaubst es nicht nur das ist so von wo alter so und schmeißen wir den doch mal so ein Ding in den Rücken oh von oben hier zu hoch ich glaub so besonders ist die Waffe aber nicht ich wechsle wieder zu meiner anderen Waffe hin mal der zappelt da oben rum da geht der ganz schwer auf die Nähe geht doch das geht doch guck mal hier hinten haben wir auch noch einen Raum oh das ist schön und hier ist nichts Moni auf jeden Fall bei euch ja sehr schön sehr schön Munition ist immer sehr dufte oh oh seid ihr alle da äh jo ach verdammt ich schmeiß mal kurz die Heilung für uns Boah sie locken denn da noch ja ja da sind eine ganze Menge ganzes Nest da ich schmeiß mal eine Granate oh wieder einer weg so und ich habe ein Fahrstuhl klingen gehört glaube ich oh was blaues liegen lassen sehr schön ich glaube wir sind hier falsch oder ja Fahrstuhl warte mal ich bevor wir reingehen ich möchte mal kurz nochmal Munition auffüllen wo ist ja gleich um ne Ecke war ja wenn nicht verkehrt was wir haben haben wir was wir bekommen wissen wir nicht ja ja weil ich jetzt auch paar Granaten geschmissen habe vielleicht gar nicht so verkehrt so dann mal alle in den Fahrstuhl Achtung alles zurücktreten bitte und bestimmt wieder ein toller Ladebildschirm nein es gibt hier keine Ladebildschirme Merk dir das bitte das siehst du doch gerade oder also bei mir ist nichts schwarzes es muss an euren Rechnern liegen ja wahrscheinlich sind unsere Rechner zu schnell dafür ja und wir müssen auf dich warten bis du nachgezogen hast äh ups ich glaube meine Waffe war nicht gesichert da hinten kommen sie doch schon wieder alle die ziehen sich zurück irgendwie hier waren wir doch ja wir waren eine Etage weiter unten alter wir haben von der Etage drunter hier hochgeschossen oh oh kann jemand von euch was denn er kommt kommt schon boah ich bin sofort angeschossen ach da sind Scharfstütze oder wenn Lichter da sind ja könnte sein dass da hinten einer ist ja da ist einer ich wundere mich die ganze Zeit nee da ist das eine Lampe ist das auch eine Lampe ja das ist nur eine Lampe nein 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 die sind draußen ähm ähm und mehr oh wow wir haben beides gerade so ein heilungspaket hingeschmissen achtung über eure linke flanke ja oder kommt noch mehr wir sollten hier vielleicht auch langsam ein bisschen wieder zurück war achtung da sind wir zurück hier und ich bin gleich tot du musst zu uns kommen da können wir nicht hin ihr seid da ganz hinten schon wieder naja ich habe gesagt zurückziehen weil das bringt ja nichts wenn wir da drinnen kämpfen wo sie uns dann alle überrennen deswegen sind die auch so dicht bei mir rangekommen bin dann weg gekommen kein wunder das muss ich warten riser ist auch tot riser ist auch tot riser was macht ihr denn nö riser lebt wieder du ich bin tot riser na toll riser kannst du dein heilpaket schmeißen ich habe nämlich keins mehr riser der eine hier am fenster pass auf bei mir jo ich weiß den habe ich da gerade reingehetzt mir aber der wenige aber meinen turm schießt von hinten drauf so der gelbe ist down da ist noch einer naja da ist doch einer mit dauerfeuer hier ach watzi ist schon wieder hier natürlich der mit dem schweren mg oder mit dem leichten mg hat mich unter beschuss scheine nur noch der eine zu sein jetzt ist er alle drei auf den rauf gehen immer von der seite so der ist gleich rüstung hat er gleich keine mehr ja kaputt ist er oh neues jagdgewehr sehr schön und eine super 90 was auch immer das ist so meine herren dann gehen die untersuchungen weiter nach der krassen schießerei hier und munition macht die schubläden hier auf war und den habe ich vorher ohne server raum sogar so so dann mal weiter hier durchs treppen muss runter hm 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 zu zu meine herren wir haben ein echo in unserer nähe wo da ist es auf dem sportplatz ja schubs nur hier so weit sie ha hat es eine chance für mich zu arbeiten und das beschlossen mehr in den rücken zu fahren das wissen sie nicht sie sind verrückt alle tot mit ich würde sagen du bist ich fühle mich hinten weiter das piept nie so auch gerade überlegt ich bin wieder ritz aber das kann nicht sein division agenten als verräter die sich gegenseitig umbringen törscheinen war so hey here the blue screen ok konzentration ja auf jeden tatsache scheiß viren oh was sehe ich denn hier eine kiste auffüllen ach munition aber jetzt gar nicht raus hier ne wir sollen die überwachungsvideos löschen ritz war schon dabei oh 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 da kommen sie ja mach mal platz hier dicker der rutscht aber auch keinen meter so nö wazi du bleibst schön da die sind doch draußen ja ich dachte die kommen aber rein nein guck mal licht licht ist an oh jetzt kommen die gleich wazi mach mal die tür auf siehst du da kommen sie schon auf sein kommando so hier selber auf euer kommando oh so viele gäbe ah klar und die lilanen kommen dahinter wa ah dann kommt einer um die ecke hier oh die tür ist auch offen oh ich hab hier hinten so ein heilungsdings gemacht komm zu mir wazi komm zu mir ich bin doch schon dabei so wazi ah ich bin doch gerade rüber dran und ich bin jetzt auch wieder down will die mich verarschen mach die denn da die ganze zeit komm zu mir ah zurück 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 reiser pass auf da wenn ich von hinten wie von hinten wo kommt der denn jetzt her hier oh von allen seiten hier wazi mach den kaputt der ist gleich kaputt ich bin down schon wieder naja nicht ah ich bin jetzt auch down riser hat sie wieder belebt danke riser so da kommt noch irgendwo was nee draußen sind die draußen sind die ja harmonie wollen wir sie reinloggen äh ne da sind ähm links sind snipers und oben kommen welche runter ja dann hauen wir da die snipers aus abtrünnigen agenten alter oder kommen aber eine ganze menge runter sniper verzieht sich weiter nach oben alter ja durchschmeiß meine karte ich hab auch schon in den geschmissen ich hab dein geschütz gehackt geschieht hier doch rund ach deswegen schießt es hier die ganze zeit ich hab mich schon gewundert ja vor allem die agent hack dein ding hm ja die sollen wir ruhig ein bisschen oh einen schuss gehabt und jetzt nachladen achten wir kommen dann rein ja achtungen hier sind wir ja achtungen das haben wir schüttchen ja 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 naja dann greifen wir sie ebenso alle ab wenn sie reinkommen einfach komplettes magazin jeder darauf rotzen und dann sollten sie hier liegen und ich bin schon wieder angeschlagen wollte ich meist meine für unsere kiste in der mitte ah ich bin da und was sie pass auf hinter dir ich bin ja auch da und dann geräse in der theke bin ich auch hilfe dann musst du herkommen ich bin gleich tot hey oh ich bin auch gerade hier dauern komm hier hier reise so So, jetzt haben wir nur noch den Sniper draußen, oder? Kann jemand noch ein Heilungspaket hier hinpacken, irgendwie? Machst du, oder soll ich? Ich mach. Okay. Sehr schön. So, draußen ist noch das Geschütz, ein gelber und oben der Sniper. Genau. Das ist der Agent, der den Geschütz hackt. Der Sniper da oben? Oh, das war nicht mal. Nee, das war eine Granate, die hier gerade reingerollt ist. Das ist mir quasi vor die Füße gehör. Oh, ich komm nicht auf den zum Sniper, weil wir ihn nicht wegkriegen. Warten, bis der Sniper auftaucht und dann auf die anderen schießt. Theoretisch nicht. Wir müssen nur abwarten, bis das Geschütz weg ist und dann irgendwie versuchen, da rauszurennen. Ich versuche mal rauszurennen. Warte? Oder? Nee, der kommt vielleicht sogar. Sniper down. Ich renne raus. Da kommt ein anderer, da kommen welche von oben wieder, vom Heli. Ja. Achtung, Wazi. Der kommt. Die sind nur Sniper gewesen, oder? So wie es aussieht. Die verziehen sich nämlich nach oben. Alter. Schon wieder hier mein Geschütz. Autsch. Autsch. Nein, ich gehe hier rein. Die Sniper sind so böse. Ich weiß mal eine Mitte für uns. Oh. Die Sniper sind ja richtig böse. Ja, wie wollen wir da jetzt rauskommen? Ja, gute Frage. Alter. Der gelbe muss irgendwie weg. Der ist schon weg, fast. Naja, fast ist gut. Der hat gerade mal eine Rüstung verloren. Geh nochmal raus. Was bringt der nicht? Der versucht die Sniper auf. Der macht Geschütz. Vorsicht. So, jetzt eine Granate. So, ich mache hier die Sniper. Hück dich doch mal. So, ein Sniper hat schon keine Rüstung mehr. Der andere hat gerade ein schönes Ding kassiert. Oh, da sind ja so viele, so viele. Oh. Nein. Ich komme rein. Achtung, Leiser. Eintreffern, du bist kaputt. Der wird ja schon geheilt. Oh, wie viele Scharfstützen sind denn da? Zwei Stück noch da oben. Zwei sind das, hm. Es kommt irgendwie der neue, wenn du die abknallst. Echt? Also, du musst ja erst den Gelben haben. Ja. Ich bin wieder aufgehalten. Ich gehe nochmal nach draußen. Boah. Was schmeißt denn der da für Granaten? So, ich schmeiße mein Heilungspaket für uns hin, weil der Herr hat man das auch schon so angegriffen. So, mal gucken. So, mal gucken. So, ich bin hinter ihm. Jetzt müsste man einkesseln. Kommen gerade von der anderen Seite. Ui. Oh. Oh. Bam, da geht er down. Nein, niemals hätte das passieren dürfen. Auf keinen Fall. Dann sind wir doch mit 30 Minuten hier relativ gut in der Zeit gewesen. Ja. Für den kompletten Einsatz. Nachdem wir des Öfteren mal down waren. Aber wir haben es geschafft. Ja. Und wir haben nicht einen kompletten Game Over gehabt. Wir waren nur down. Na doch, ich einmal. Ich war einmal weg. Auch nicht alle. Das ist richtig. Nee, alle nicht. Und das meine ich ja. Dadurch war es ja kein richtiges... Aber ich denke mal, in Schwer ist es schon ganz gut mit dem Game Over. Aber das ist, denke ich mal, auf normal oder so. Wird das wahrscheinlich zu leicht sein. Ja. Und du würdest wahrscheinlich nur durchrennen oder so. Ja. Was haben wir denn da hier für Punkte? So dann. War es das auch für diese Folge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen da lassen. Kommentar wäre auch ganz lieb. Damit verabschieden wir uns von euch. Tschüss. Ciao. Bis dann.